Die Deepwater Horizon war eine Bohrplattform für die Erdölexploration im Golf von Mexiko. Die Firma Trensoschen stellte sie 2001 in Dienst und betrieb sie im Auftrag des Leasingnehmers BP, um damit Ölbohrungen in rund 1500 Meter tiefen Gewässern durchzuführen. Am 20. April 2010 kam es in Folge verschiedener schwerer Versäumnisse zu einem Lot, bei dem die Plattform in Brand geriet und in Folge dessen zwei Tage später unterging. Elf Arbeiter kamen ums Leben. Ihre Leichen wurden nie gefunden. 87 Tage lang strömten etwa 800 Millionen Liter Öl ins Meer, was zur Ölpest im Golf von Mexiko führte. Der schwersten Umweltkatastrophe dieser Art in der Geschichte, 1, 2, ähnlich große Rohölmengen waren im Jahr 1979-80 beim Blut der X-Tocke-Bohrung ausgetreten. Seit dem 16. Juli 2010 ist der Ölausfluss mit einem temporären Verschluss gestoppt, 3, am 19. September 2010 erklärte Seth Allen, Sonderbeauftragter der US-Regierung, die Quelle offiziell für Tod, 4, die vom US-Justizministerium infolge der Ölpest auferlegte Strafe von 4,5 Milliarden US-Dollar ist die höchste jemals verhängte Strafe für ein Umweltdelikt. Zusätzlich hat BP für die Bewältigung der Folgekosten der Ölpest 38,1 Milliarden Dollar Rückstellungen gebildet, Stand November 2012. 14 Milliarden Dollar wurden bereits ausgezahlt, 5. Ursprünglich für A&P Falcon entworfen, begann der Bau der Deepwater Horizon im Dezember 1998 in der Werft von Hyundai Heavy Industries in Ulsan, Südkorea. Die Bohrplattform wurde im Februar 2001 in Dienst gestellt, nachdem A&P Falcon bereits von Trensoschen übernommen worden war. Eigentümer der Deepwater Horizon war das Unternehmen Trensoschen. BP schloss für die Anlage einen Leasing-Vertrag mit einer Laufzeit bis September 2013 ab. Die Explorations-Plattform war eine dynamisch positionierte Halbtaucher-Konstruktion, sie ruhte also auf teilweise in das Meer eingetauchten Säulen, die von unter Wasser befindlichen Auftriebskörpern getragen wurden. 2002 wurde die Bohreinheit mit einem E-Drill-genannten Überwachungssystem aufgerüstet, das in Houston stationierten Technikern die Fernwartung der Plattform ermöglichte, 6. Von der Deepwater Horizon wurde am 2. September 2009 im Tiberölfeld in einer Meerestiefe von 1250 Metern die bisher weltweit tiefste Bohrung ihrer Art bis in eine Tiefe von 10.685 Metern getrieben, 7. Seit Februar 2010 bohrte die Ölbohrplattform 84 Kilometer südöstlich von Venice, Louisiana das Macondo-Ölfeld an, um es zu erkunden, 8. Die Kosten für diese Bohrung waren ursprünglich auf 96,2 Millionen Dollar budgetiert worden, jedoch befand man sich in mehrwöchig im zeitlichen Verzug. Jeder Bohrter kostete bei P533.000 Dollar Leasinggebühr für die Bohrinsel zuzüglich weiterer 500.000 Dollar für Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen, 9. Am 20. April 2010 ereignete sich um ca. 22 Uhr US Central Standard Time auf der Deepwater Horizon eine Explosion, der ein Brand folgte, 10, 11. Die eingesetzten Löschboote konnten die Bohrinsel nicht retten, sodass die Plattform am 22. April 2010 sank, 12, 115 Arbeiter konnten gerettet werden, 11. wurden vermutlich unmittelbar durch die Explosion getötet. Der Senat der Vereinigten Staaten hielt am 11. Mai 2010 eine Anhörung ab, in deren Verlauf sich die Vertreter der beteiligten Firmen BP America, Trensuschen und Hellebörten gegenseitig für die Katastrophe verantwortlich machten, 13. Eine vom US-Kongress beauftragte Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass eine Vielzahl menschlicher und technischer Fehler zum Untergang der Bohrinsel beigetragen hatten. Im Verlauf der Untersuchungen zum Unglück wurde bekannt, dass die nationale Aufsichtsbehörde Büro of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement, noch unter dem Namen Minerals Management Service, auf die Ausarbeitung eines früher vorgeschriebenen Notfallplans für Unfälle bei vielen Plattformen im Golf von Mexiko verzichtet hatte. Zur Begründung wurde angegeben, dass ein großer Ölunfall unwahrscheinlich bis unmöglich sei und sich die Bohrinsel ohnehin weit genug im Meer befinde, sodass selbst im Falle einer Ölpestküstenregion nicht betroffen wären, 14. Während der Bohrung hatte es eine ungewöhnlich hohe Zahl von Erdgaseinbrüchenkicks, in die Bohrung gegeben. Wenige Wochen vor dem Unglück drang so viel Erdgas in das Bohrloch, dass an Deck der Bohrplattform ein Notstopp aller potenziell feuergefährlichen Aktivitäten verhängt werden musste. In den Folgewochen kam es immer wieder zu heftigen Gaseinbrüchen. Das Risiko durch Erdgaseinbrüche in Zusammenhang mit diesem Bohrvorhaben war von BP ein Jahr zuvor als vernachlässigbar bezeichnet worden, obgleich von Regierungsseite deutlich vor solchen gewarnt worden war, 15. Zum Unglückszeitpunkt befand sich die Bohrinsel in Position 29 Grad n, 88 Grad w 28.73667 bis 88.38716 in 1500 Metern tiefem Wasser und hatte eine 5500 Meter tief in den Boden reichende Bohrung fast fertiggestellt, 16. Wenige Stunden vor dem Unfall war die Rohtour von der Firma Helberton durch Eingießen von Spezialzement in den Ringraum befestigt und gesichert worden. Da die Deepwater Horizon eine Explorations-Bohrplattform, aber keine Förderplattform war, sollte die fertiggestellte Bohrung damit versiegelt werden. Das Öl sollte später von einer anderen Plattform gefördert werden, 15. Infolge eines starken Druckanstiegs im Bohrloch des Mississippi Kenyan Block 252 kam es jedoch zu einem Blot, eine Fontäne von Bohrschlamm, Gas und Öl trat aus. Das in großer Menge und unter hohem Druck ausströmende Erdgas entzündete sich und führte zum Brand der Bohrplattform. Die für diesen Fall vorgesehene Schutzvorrichtung direkt am Meeresboden, das mehrfach redundant konzipierte zentrale Ventilsystem, Blotpreventer, kurz, BOP, wurde zwar betätigt, funktionierte jedoch nicht. 17. Die manuelle Notauslösung des BOP, BOP-ATS Emergency Disconnect Function genannt, die den BOP verschließen und die Bohrinsel vom Bohrloch trennen sollte, wurde erst sieben Minuten nach dem Blot betätigt, funktionierte jedoch ebenso nicht. 9. Verschärfend für die Auswirkungen des Unglücks war, dass die Dieselgeneratoren der Plattform das ausströmende Gas ansaugten. Dadurch erhöhte sich deren Leistung und Drehzahl unabhängig von der Kraftstoffzufuhr, der damit verbundene Spannungsanstieg führte zur Zerstörung von Teilen der Elektrik der Bohrplattform. 18. Unmittelbar im Anschluss explodierten die Generatoren reinweise, Personal wurde verletzt, da die Sicherheitstüren der Generatorräume herausflogen. Die CO2-Lösch-Einrichtungen lösten aus, was aber infolge des Lüftungsausfalls die Luft in Teilbereichen der Plattform erstickend werden ließ. Es wurde versucht, den Bereitschaftsgenerator zu starten, um Strom für Feuerlöschpumpen und Druckluft zum Starten der Hauptmotoren zu erhalten. Nach 10 bis 15 Minuten wurde der Versuch erfolglos abgebrochen, 19. Punkt.